Unsere Antwort auf den Massenprozess und die Rundenback-Demonstration auf 129 Verfahren und die Inhaftierung unserer Genossinnen und Genossen wird nicht sein, nur noch nach den Vorstellungen der Polizei auf die Straße zu gehen. Unsere Antwort wird nicht sein, eine Organisation, die den revolutionären Bruch mit dem Kapitalismus auf die Tagesordnung setzt, einfach zurückzufahren. Unsere Antwort kann nur sein, dass wir uns besser und ernsthafter organisieren. Nicht zuletzt, um in den wichtigen Kämpfen der jetzigen Krise auch auf der Straße bestehen zu können, um so unseren Beitrag zu leisten. Dieses System endlich auf den Möhlhaufen der Geschichte zu befördern. Freiheit für die Antifaschistinnen und Antifaschisten aus Stuttgart und Leipzig. Freiheit für die drei von der Parkbank und für alle anderen politischen Gefangenen. Lasst uns der Klassenjustiz gemeinsam und entschlossen entgegenstehen. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Auf die internationale Solidarität! Freiheit für alle politischen Gefangenen.